Freitag habe ich bei Softwarearchitektur am Stream Michael Hunga zu Gast. Michael, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Ich bin zurzeit bei Neo4j, leitet das Develop Relations Team und bin aber schon seit langem passionierter Softwareentwickler. Besonders alles, was sich um das Thema Patterns, Refactoring und Ähnliches rankt, ist sehr, sehr spannend, weil ich denke, dass mit diesen Techniken Wissen gut zusammengefasst und kristallisiert werden kann, von dem andere wieder profitieren können. Und speziell auch Refactoring als Technik, um Code zu verbessern, besonders halt um Lesbarkeit und Verständlichkeit von Code zu erhöhen, ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich würde mich freuen, damit mit euch und mit Eberhard darüber zu diskutieren. Genau, und deswegen haben wir als Titel der Episode Patterns, kondensierte Erfahrungen mit Code, Dingen und Menschen und freuen uns auf eure Teilnahme am Freitag und viel Diskussionen und Fragen. Bis dahin.